Die Kunst des richtigen Zuhörens. Wie leicht fällt es dir im Gespräch, dass du zuhörst, ohne mit den Gedanken weg zu sein? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist das so, ich muss mich richtig stark konzentrieren, dass ich bei der anderen Person bleibe. Es ist anstrengend, anderen Personen zuzuhören. Und es geht nicht darum, dass die irgendwie im Inhalt eigenartig reden oder sonst was. Es ist so, dass es an mir liegt, ob ich mit den Gedanken da bleibe oder nicht. Jetzt stellen wir uns einfach mal irgendein Gespräch vor. Du bist im Business-Kontext, du bist zu Hause mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit deinem Mann, wem auch immer. Du bist mit deinen Kindern und dann gilt es, richtig gut zuzuhören. Und dann gibt es unterschiedliche Stufen des Zuhörens. Das gilt, dass du überhaupt nicht zuhörst, dass du ein bisschen zuhörst, dass du so zuhörst, dass du danach sofort ins Wort fallen kannst, das sogenannte antwortsüchtige Zuhören. Aber auch, es gibt ein wunderbares Zuhören, das sogenannte aktive Zuhören oder auch das empathische Zuhören. Ja, das sind sehr, sehr hohe Stufen. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, der macht da eine Wissenschaft draus. Aber das Spannende ist, wir selbst haben es in der Hand, wie gut wir zuhören. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du zu Hause bist, dass du plötzlich immer dachtest, Mist, ich habe gar nicht zugehört. Ich war mit den Gedanken ganz woanders. Und das ist völlig normal. Das geht vielen Menschen so. Meine Bitte an dich ist, achte mal drauf, wie gut du zuhörst. Wenn du es schon schaffst, so zuzuhören, dass du das Ganze aufnimmst, dass du mithörst, dann ist das schon großartig. Wenn du es schaffst, dass du so zuhörst, dass du mit den Gedanken da bist, dass du aktiv zuhörst und wirklich bewusst mitgehen möchtest, dann ist das hervorragend und ausgezeichnet. Also so richtig die oberste Stufe ist das sogenannte empathische Zuhören. Lass uns mal tiefer reingehen. Also, du hast jetzt also dieses sogenannte antwortsüchtige Zuhören. Das ist, eine Person redet und ich gehe quasi schon mit meinen Gedanken ins Gespräch rein und irgendwann sage ich, ja, da weiß ich genau, was du meinst. Und fall dir ins Wort, weil ich nur zuhöre, um dir zu antworten. Und dann gibt es das Aufnehmende oder Mithörende Zunehmen. Das Aufnehmende Zuhören ist sowas wie, nimmst du einfach mal so einen Protokollführer einer Besprechung. Ja, die Person hört zu, schreibt mit, aber ist nicht aktiv beteiligt. Und dann, dann gibt es da die Person, die aktiv zuhört. Und das ist dieses, aha, ja, okay, auch mal eine Frage stellen. Wichtig ist hier, das ist die bedingungslose Beachtung der anderen Person. Es gibt kein, ich habe schon eigene Meinung, es gibt kein, ich bin woanders. Du bist bedingungslos bei der anderen Person. Und bedingungslos ist schon ganz schön hart. Das bedeutet, deine Gedanken aktiv zur Seite schieben, deine Gedanken aktiv weglassen, um bei der anderen Person zu sein. Du bist beim aktiven Zuhören dazu verdonnert, tatsächlich auch Gegenfragen zu stellen, damit es ein Dialog wird, dass du da mit reingehst. Und das ist, und das kann ich dir deutlich sagen, nicht so einfach, wie es sich manchmal anhört. Empathisches Zuhören ist, der bewusste Versuch, wirklich in die andere Person reinzufühlen. In die andere Person reinzugehen und zu sagen, ja, ich spüre, was du da sagst. Ich merke, was du willst. Das ist ein ganz bewusster Versuch, hier in die Person zu gehen. Und jetzt lass uns mal in die Praxis gehen, wie das geht. Bitte, ich habe schon gesagt, wenn du merkst, da ist ein Gedanke, der in deinem Kopf ist, der nicht hinhört, sagst du, oh, Achtung, nicht sagen, sondern denken, ich höre nicht zu, zurück zur Person. Weiterhin kannst du eins machen, dass du solche Sachen sagst, Moment, ich habe eine Frage dazu. Ganz kurz habe ich dich richtig verstanden, wenn, paraphrasieren. Also das sind Dinge, die du machen kannst. Und das empathische Zuhören, da kannst du sagen, sag mal, gebe ich es richtig wieder, wenn ich sage das? Und dann kannst du da nochmal reingehen. Und hier kriegst du sofort etwas zurückgespiegelt. Hier kriegst du sofort die Information, hey, passt für mich oder passt nicht für mich. Meine Bitte an dich ist, wenn du das schaffst, in Gesprächen richtig gut zuzuhören, achte mal drauf, wie sich deine Ergebnisse verbessern. Achte mal drauf, wie du möglicherweise als besserer Verhandlungspartner gesehen wirst. Achte mal drauf, wie du möglicherweise als der bessere Gesprächspartner, die bessere Gesprächspartnerin gesehen wirst. Und das ist das Interessante dabei, du hast mehr Wirkung, wenn du besser zuhörst. Ich habe es noch nicht erlebt, dass eine Gesprächspartner in Gesprächsland gegangen ist und gesagt hat, na, nee, du hast überhaupt, du hast dir so gut zugehört, das hat mich genervt. Du hast dir so viel zugehört, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich musste so viel reden. Hörst du nicht. Menschen wollen sich loswerden. Menschen wollen gerne zuhören und wollen dir etwas geben. Deswegen meine Bitte an dich, wenn du sagst, ich möchte richtig gut zuhören, mach mal eins. Unten drunter ist ein Online-Kurs zum Thema Gespräche sicher und souverän gestalten. Da hast du eine ganze Menge zum Thema zuhören, natürlich auch zum Reden. Und ich freue mich, wenn dich das einfach besser macht und wenn du einfach noch besser kommunizierst. Wenn dir der Kanal gefällt, gerne abonnieren und ich freue mich, wenn du im nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dann.